70.000 Tote hat dieser fürchterliche Krieg in Syrien bereits gekostet. 5 Millionen oder mehr Menschen sind auf der Flucht, im Land und in der Region. All diese Menschen brauchen unsere Hilfe nach wie vor und dringender denn je, damit sie eine Zukunft haben und damit sie sich nicht radikalen Gruppen anschließen und letztendlich um ihr Leben kämpfen mit Waffengewalt. Deshalb, wir müssen hinschauen, nicht wegschauen. Stopp, schau hin! Aktion Deutschland hilft. Gemeinsam schneller helfen.